liebe freunde und damit ein herzlich willkommen zu resident evil 4 remake auf der playstation 5 spiele ich das wir fangen auch sofort an so haben wir hier haupt story neues spiel so sami assistiert das für anfänger für ihnen die aus in die u4 2005 nicht gespielt haben bei einem game over kann das spiel muss zu assistiert gewünscht werden gegner sind stärker und herausforderung schwieriger herkaufpreise für bestimmte objekte ich hab mich eigentlich ich mache einfach standard dann machen wir veteranen so bis gleich und hier gibt es ein 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 30. September 1998. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Bio-Waffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nun vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich such jemanden. Muss jemand ziemlich bistiger sein, ne? Der beviel kommt von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hast du einen seltsamen Humor? Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann. Sollte das doch Routine für euch sein. Hm. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist das. Die Natur auch ruft. Bin gleich zurück. Der früe. Hast du den Bar entehrt? Ja. Augusto? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué te da? Der gleichsig ganz schon seid. Parlaven? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen. Ich warthe hier. Ich bolle ins Lisslich keinen Straßetel. So viel zu, helft ihm. Kapitel 1 So, liebe Freunde, noch einmal damit ein herzlich willkommen zu Resident Evil 4 Remake. Wie spiele ich das? Ich spiele auf der Playstation 5, aber was macht sie hier? Hier können wir nicht weiter. Inventar kann ich auch nicht gucken. Ja, das ist genau die Demo, wo wir gespielt haben. Aber ich werde mich hier ein bisschen jetzt umschauen, vielleicht gibt es hier irgendwelche Kristalle. Ja, das freue ich mich auch. Hier ist das Tor kaputt. Wie geht's? Der wurde komplett abgeschlachtet. Haben wir hier irgendetwas? Manchmal sind auch so Ohm-Kristalle. Aber ich kann mir die Waffe nicht benutzen. Deshalb gehen wir auch jetzt weiter. Jemand zu Hause? Naja, das glaube ich nicht. Oh, das Spiel sieht so geil aus. Oh, was steht weiter? Das Urteil naht. Akte. Ja, kann ich aber nicht gucken. Hier ist abgeschlossen. Oh, das ist ja. Alter. Sorry, dass ich so reinplatze. Wir haben eine Autografie. Wir werden mit dir leben. das war knapp das war der das gefällt mir nicht okay inventar was haben wir denn hier ein ziel entführte person finden unsicherheit bringen er steht graham also 20 tochter der präsidentin studentin hintergrund der kontakt zum subjekt brach unvermittelt ab als dieses sich von der uni auf dem nachhauseweg befand kurz darauf wurde das subjekt zusammen mit seinen bodyguards als ex-militär als vermisst gemeldet weitere untersuchungen führt zu dem schluss dass das subjekt von einer organisierten gruppe entführt vorhin ein team einberufen wurde unsere nachricht in den sagt mehrere sichtungen des subjekts in einem abgelegenen dorf in eine berg region in europa bestätigt ein agent wurde mit der aufgabe betreut okay das finde ich es konnte bestätigen dass die täter hilfe vor von einem insider hatten um links zu vermeiden bleibt diese operation streng vertraulich die lokale polizei wurde ins boot geholt und ins unterstützten und ist unterstützend tätig alles klar hat erhalten lecker jetzt ein stort haben wir hier nichts mehr ok dann gehen wir mal weiter Hey! Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Tod. Was ist hier los? Aus der Jagdhütte entkommen. Oh nein, jetzt kommt dieser Zombie. Was war das? Nicht dein Ernst. Langsam ist es nicht mehr witzig. Oh Mann, ich saß in der Ägypte was. Oh nein. Oh nein. Boah! Dein Bein ist weg. Ah, guck mal, hier sieht man das Virus, das Parasit. Richtig. Bei dem alten Teil sah man das nicht. Ups. Okay. Schauen wir uns mal kurz rum, vielleicht gibt es hier was. Ah, toll. Ich hab keinen Bonni mehr. Ah, grün und rot. Seh schon. Ich hab keinen. Ah, grün. Oh nein. Achso. 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 Was ist? Hier ist Condor One. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Der Begleiter sind... Oh, Scheiße. Machst los. Melde mich. Schnell weg. Ich find selbst raus. Ja, das war knapp. Okay. Karte aktualisiert. Ich gebe die Ink etwas. Nein. Okay. 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 Ah. Lass mal sehen. Schreibmaschine. Ja. Aufbau. Warum? Koffer anpassen. Die Fundrafen. Steigt. Koffer wechseln. Geht nicht. Neu speichern. Neu speichern. Kapitel 1. Dorf. Weg zum Dorf. Zum See gehen. Guck mal. Man kann auch die Sachen direkt in den Aufbauwagen schicken. Kann man die auch? an Aufbauwagen. Geil. So. Was haben wir? SG09R. nach. Ja. Wir wollen aber weiter. weiter. Scheiße. Ja man. Jetzt hast du dieser Wolf wo wir eigentlich schreiten. gehen. Oder kommt da später andere? Hier muss doch irgendwo noch eine Kiste sein. Oh da rennt einer. Ja. Ja. Hier war das. Pesetten. Das ist auch unser erster Goldmünzen. Das ist auch kein Spiel mit so einem Schraub. Das ist auch kein Spiel mit so einem Schraub. Okay. Hier war irgendwo Falle. Muss ich aufpassen. So. Barsch. Nein. Mein Messer ist kaputt. Na toll. Früher war hier ein totes Zombie. Der wurde aufgehangen. Aber hier. Gibt es den nicht. Oh. Rote Kraut. Ja. Das kenne ich. Herstellen. Man kann bestimmt auch so machen. Ja. 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 Er ist da gar n Sag. Oh shit Oh ja, schleichen Erstmal schleichen Oh scheiße, ich hab kein Messer Oh shit Schreibt es auf die Rechnung Oh shit Hey Oh shit Oh ja, da kommt der Kettenwege, Mann Mein Glückstag Oh, perfekt Oh shit Das wird laut Spürst du das überhaupt? Oh shit Ich verpiss dich Ich muss den Kettenwege Und kill Oh shit Weißt du was? Kill mich doch Jawohl, der ist tot Noch wer? Nein, klisch El nos invoca A Lord Sadler Todopoderoso Ich bin Wo vollen die hin? Zum Bingo? Resident Evil 4 Nice So Ich würde mal sagen, wie sammeln die Sachen jetzt? Oh, was jetzt? Kommen, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Okay. Das werde ich zum See gehen. Was ist das? Ja, verschlossene Schublade. Ja, hier war ich noch nicht. Kann man hier rein? Verschlossene Schublade Achso. Da müssen wir später kommen. Piss ich. Oh ja, da können wir nicht hin. Irgendwo da brauchen wir da. Oh! Alter, was macht der denn da drin? Hat der für schlafen da drin oder was? So. So. Hier haben wir alles mitgenommen. Ah ja. Hier gibt es einen Krissall. Ich wusste das. Normalerweise gibt es hier vorne auch Krissall, aber hier glaube ich nicht, oder? Oh! Na toll. Egal. Haben wir hier was? Oh! Nein. Oh! Hier oben gibt es bisschen was. Ich hoffe, da war eine Heilung. Hei, long. Oh ja. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Fuck! 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 Wir sind überrichtig, aber. Oh, ist das? Rubin? Sehr schön. Die können wir auch bestimmt später mit anderen Sachen kombinieren. Okay, weiter geht's. So. Okay, da müssen wir hin. Oh, hier können wir speichern. Sehr schön. Oh, da. Das ist ein Ei. Danke. Ach der Gott, hier sind die beiden Leichen. Ich brauche dringend neue Machete. Das ist krassal. Kann man die abschießen? Ach, scheiße. Man kann bestimmt den Deckel zumachen. Oh, ich hab da was gesehen. Oh, da geht's krassin. Oh. Oh, ich gehe auch hin. Ah, ja. wie in alter zeiten die alle schießt bekommt man das solar ich glaube das war punisher bis oder ich weiß nicht mehr handgranate shop hier war auch einer vielleicht auf der andere seite ich frage mich ob die alle fünf stück hier ist gleich da drinnen noch keine chance gleich hier hochklettern auch nicht komm raus was ist das denn hier ok ja komm mach die tür auf geht nicht auf was jetzt da gibt es noch eine tür also den schatz schießen ok Hä? Von wo ist sie jetzt gekommen? Hä? Ohja Auftrag blauen Medaillen und zerstören Gebiet Bauernhof Spinneln x3 Fortschritt 45 Ja das hat unser Stranger aufgehangen Oh So Oh Kannst du uns entschärfen? So Sooo Das ist sehr gut Ey Kannst du das reparieren? Okay Ah ok Das muss man selber machen Da will ich was Das bringt eh nix aber egal Okay 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 gibt nichts da unten ist kiste aber wir gehen mal hinten flinte munzion das ist ein filmgeräusch Was ist das? Was ist das? Diese Gegner kenne ich nicht. Was ist das? Puschen, besser. Sehr schön. Scheiße. Oh, guck mal. Da sieht man die Parasiten. Was? Scheiße. Schon wieder kaputt. Oh, Mann. Verschlossen. Okay. Geh mal nach oben. Wo ist die letzte blaue Kristallmedaille? Okay, okay. Okay. Oh. Oh. Okay. Weinkanne. Schätze kombinieren. Ja. Können wir das? Alle Edelsteine entfernen. Guck mal. Wenn wir das machen, bekommen wir plus 3000. Also insgesamt 7000. Jedenscheine Bonus. Was ist das denn? Krass. Haben wir neu gemacht. Okay. Dann weißt du was? Einfach entfernen. So. Gucken wir später. Was ist der blöde Medallion? Ist er hier irgendwo? Hier auch nicht. Hm. Auch nicht. Und noch ne Ei. Sehr schön. Ja. Ah. Ich weiß nicht wohl das. Oder müssen wir weiter. Ich weiß nicht. Oh. Ja. Der schläft einfach. Ja. Chill-Modus aktiviert. Okay. Hier kommen wir bestimmt wieder. Vielleicht nehmen wir diese Medallion dann. Gehen wir mal weiter. Oh. Vielleicht ist hier hier entuhgt. Oh. Ich glaube da ist kein Turner. Was ist denn hier hinten? Ja. Es leckert uns denn und reinfekt mich schon am Tor. Also收st uns schon. Okay, das muss ich wegschieben. Alles klar, wieder zurück. Verschlossen. Ja, dann müssen wir hier lang, ne? See. Ja, diese einen Medaillon habe ich nicht gefunden. Aber wir kommen wieder hier zurück. Oh. Ja. Wo? Drecksäcker. Ja. Bine habe ich tot. Ja. Ja. Da muss ich mal aufpassen. Ah, Fledermäuser. Scheiße, hätte ich hier abgeknallt. Ja, toll. Oh. 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 Ja! Ja. 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 Shit, langsam hab ich genug. Noch mehr? Ich bin nicht. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Was ist das? Oh. Was ist das? Was ist das? Boah. Oh, ist das ein dreckiger Arsch. Das hängt über oben. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Was ist das? Zack. Ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hier etwa? Okay. Ah, hier war ich schon. Oh, ich schraube mich erst mal um. Hm. Tote Fische. Okay. Okay. Ah, hier sind wieder fallen überall. Oh, ja. Ah, hier ist das. Hm. Okay. Ich dachte, das ist Luis. Ich glaube, der ist da drunter. Schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Und da ist er. Ach du Scheiße. Oh nein. Verdammt. Kapitel beendet. Kapitel Ergebnis. Oh. Abgeschlossen. Getötete Gegner 43. 25. 25 Schaden erlitten in Genuglichkeit 82%. So. Beschweichern. Aufbewahrung. Koffer anpassen. Geht nicht. Alles klar, liebe Freunde. Ja. Wir machen jetzt mit dieser Folge hier Schluss. Wir werden in der nächsten Folge machen. Schön, dass ihr da wart. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.